Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Update-Video. Ja, es fällt vielleicht auf, ich sehe etwas mitgenommen aus und das liegt zum einen daran, dass ich jetzt einfach während des Videos angerufen werde. Das liegt zudem daran, dass ich gerade in Quarantäne bin und Corona erkrankt bin. Das geht mir wirklich nicht so super. Und dieses Update-Video wird ganz kurz, ganz knackig, auch ohne Schnitt. Es geht mir einfach gerade nicht so gut. Ich hoffe auf euer Verständnis, dass diese Woche vielleicht auch weniger Videos kommen oder hauptsächlich die, die ich schon vorproduziert habe. Genau, seid mir deswegen bitte nicht böse und ja, es werden trotzdem Videos diese Woche kommen. Wie viele und in welcher Quantität, das werde ich auf Instagram auf jeden Fall ankündigen. Ehrt der Link in der Videobeschreibung. Danke für euer Verständnis und wir sehen uns bald wieder hoffentlich gesund und fit. Bis da ne, er Namstäht sein, wir, und wir können wissen, dass wir uns bald wieder besBrüriel müssen, während eine kleinen L assembly des Videos die getötet haben. Ja, mit Hilfe, ist Müllverrägen.